Heute geht es um ein Thema, was wir alle schon mal erlebt haben. Und zwar, wenn ich mich irgendwie mit einem Thema beschäftige, am Anfang, je mehr ich mich damit beschäftige, umso geringer wird mein Selbstvertrauen, umso geringer wird meine Motivation. Eigentlich eine ganz komische Geschichte. Das hat aber auch einen Grund und was da dahinter steckt, das gucken wir uns hier in diesem Video an. Ich habe das Ganze mal als Diagramm gefunden und auf der x-Achse unten habe ich die Fähigkeit aufgetragen und auf der y-Achse das Selbstvertrauen. Also, hier sieht man sehr schön am Anfang, habe ich noch nicht so viel Ahnung, aber ein riesen Selbstvertrauen und wenn ich mich näher damit beschäftige, lässt das Selbstvertrauen nach und ich habe eigentlich ein bisschen mehr Ahnung. Komisch. Erst wenn ich mich noch mehr damit beschäftige, kommt das Selbstvertrauen zurück. Ist mir schon ganz häufig passiert. Ich glaube, Schülern passiert das noch viel mehr, weil man sich dann natürlich sehr viel mit neuen Themen beschäftigen muss. Und das Ganze ist der Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt wurde 1999 von eben diesen beiden Herren entdeckt und da muss man plakativ zu sagen, Unwissenheit führt oft zu mehr Selbstvertrauen als Wissen. Wie kann das sein? Na ja, wir beschriften das Ganze mal ein bisschen und ja, warum zeige ich das überhaupt noch? Ja, zur Motivation. Weil, wenn man weiß, dass das ein ganz normaler Effekt ist, dann ist es auch einfacher zu wissen, was man tun muss, nämlich einfach weitermachen. Also, was passiert? Am Anfang, ich habe ein bisschen Ahnung, aber ein riesen Selbstvertrauen, deswegen nennt man den ersten Hochpunkt, würde der Mathematiker dazu sagen, der Gipfel der Dummheit oder ähnlich, weil man weiß halt noch nicht viel, hat aber ein riesen Selbstvertrauen. Wenn man aber sich näher beschäftigt, merkt man meistens, wie groß das Thema ist, wie komplex, dass es gar nicht so einfach ist und dass da Sachen zusammenhängen und so weiter und so fort. Und man steuert auf das Tal der Verzweiflung zu. Das heißt, oder das Problem dabei ist, die meisten hören in diesem Stadium auf. Und das ist halt sehr schade. Man müsste einfach nur weitermachen, weil, gut, das Tal der Verzweiflung, der Mathematiker sagt Tiefpunkt dazu, das hört sich genauso deprimierend an, aber ein Tiefpunkt hat einen riesen Vorteil. Es ist der tiefste Punkt. Es kann nur noch aufwärts gehen. Und wenn man dann nicht aufhören würde, sondern einfach weitermachen würde, kommt auch tatsächlich das Selbstvertrauen wieder zurück. Und wenn man weitermacht und das nicht nur mehr Wissen anhäuft, sondern auch wieder Selbstvertrauen, dann ist man irgendwann der Guru. Wie auch immer. Ich hoffe, es war mal ganz interessant. Also das nächste Mal, wenn du dich ein neues Thema einarbeitest und hast so das Gefühl, es ist ganz schön kompliziert, dass mein Selbstvertrauen geht zurück, meine Motivation geht zurück, ist ganz normal, nennt sich dann den Kruger-Effekt. und einfach weitermachen, dann wird es garantiert besser. Soweit, so gut. Wenn dir das Video gefallen hat, naja, du kennst das ja. Daumen nach oben, Abo, vielleicht auch ganz nett.